Dominik hier von BKFM.de und hier haben wir den neuen ZD9 Premium TV von Sony mit Backlight Master Drive, quasi eine neue Backlight-Technologie, die im Gegensatz zu den X93 Modellen wirklich einen außerordentlich guten Kontrast und Schwarzwert bietet. Hier haben wir ein 75 Zoll Modell, nein, ist gar nicht wahr, das hier ist der 100 Zoller, Entschuldigung. Dann haben wir hier eine 75 Zoll Version, hier auch mit dem anderen Standfuß, den quasi Tafelstandfuß, den gibt es auch nur bei der 100 Zoll Version. Und dann gibt es auch noch die beliebte 65 Zoll Größe. Und hier hat sich Sony vor allem in puncto Bildhelligkeit dann auch verbessert und man kann dann wirklich gut sehen, wenn es dann dunklere Bildbereiche sind, wie zum Beispiel, wenn man unten bei dieser Lava, wo man diese dunklen Schatten wirft. Oder hier jetzt zum Beispiel, wenn dann quasi der Zeitraffer, der obere Teil des Bildschirmes ist wirklich schwarz, bleibt schwarz. Und die einzelnen Risse sind hell und gut zu erkennen. Die Details waschen nicht aus. Wirklich ein innovatives Konzept mit dem, das wir auch noch weiter verfolgen werden. Die Weiterentwicklung des Slim Backlight Drive, wo quasi schon in den ersten 2016er Modellen zum Einsatz kam. Das sieht gut aus. Oder hier etwas overcrowded. Aber so ist es hier bei der Sony Groove. Auf der Seite hier hinten, können wir noch quasi sehen, wie dieses Master Backlight Drive arbeitet. Und hier sehen wir, wie sich quasi die einzelnen LEDs und die einzigen Dimming-Zonen dann dazuschalten oder zwischenschalten. Und die linke Seite hier ist quasi das Bild im Ganzen. Und deswegen können auch diese guten Kontrast- und Helligkeitswerte erreicht werden. Mein'nいう'n unseren YouTube-Kanal? Besucht uns auf uk-film.de Oder gebt uns einen Daumen nach oben, für dieses Video. Vielen Dank.